Schokolade im Gesamtwert von 100.000 Euro. Und hier kommt diese Schokolade her, südlich von Lyon, das Rhone-Tal. An der ehemaligen Verbindungsstraße zwischen Paris und Marseille liegt die Schokoladenfabrik Valrhona. Ralf Boos ist der größte Kunde aus Deutschland, doch vor den Hygienevorschriften sind alle gleich. Neben der Fabrik betreibt Valrhona auch eine Schule für Schokoladenherstellung. Hier können sich Patissiers fortbilden und beraten lassen. Interessierte Laien haben keinen Zutritt. Das Herzstück der Schokoschule ist die Eistheke. Ralf Boos testet den Unterschied zwischen dunkler und vollmich Eiscreme. Er liebt seinen Job. Es gibt schließlich auch Schlimmeres als Schlemmen, wenn man ehrlich ist. Man merkt das auch, dass ich dann ein bisschen aufblühe. Das macht mir Spaß, weil ich da was bei lerne. Das sind auch Sachen, die ich dann nicht für mich verhalten muss. Die kann ich schon nächste Woche im Büro wieder weitergeben. Dann weiß ich also wieder den genauen Unterschied zwischen Manjari und Jivara. Das sind auch die Sachen, von denen unsere Firma ein bisschen lebt. Dass wir uns da ein bisschen tiefer in die Materie begeben und ein bisschen mehr nachfragen und ein bisschen mehr drum kümmern, als es vielleicht notwendig wäre. Es war so delightful, dass ich noch ein bisschen mehr habe. Nicht brown, es ist... Es ist auch... Es ist sehr gut, delightful. Vielen Dank, sehr, 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 sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.